Ja, willkommen zurück. Ich bin hier schon wieder voll in Fight. Oh mein Gott. Ich muss warten, bis der seine Salve macht. Ich habe das jetzt langsam so ein bisschen kapiert, das Prinzip. Ja, komm. Auf die Fresse. Nein. Denn die Salve ist das, was wirklich am meisten Schaden macht. Mädel, du lernst es einfach nicht mehr. Komm schon, runter mit dir. Ja, natürlich wieder ganz knapp, typisch. Solche Quests, da bin ich einfach unglaublich mies drin, ehrlich. Wie man überhaupt nicht erkennen kann. Der zappelt da fröhlich vor sich hin. Oh, ich will auch einen Protodrachen. Aber LTF hat schon gesagt, wenn ich 80 bin. Wenn du 80 bist, dann nehmen wir dich in Inzen mit. Oh, Mädel. Das habe ich ihm zurückgesetzt, aber nicht angemacht. Sag mal, wie doof muss man sein? Das neue Wort für doof. Kimiko. Dann soll er mich da abwerfen, Mann. Das ist mir doch egal. Ich will weiter. Yay. Ich wollte gerade sagen, solange ich einen Fallschirm kriege, ist mir das total wurscht. Yay. Sehr stylisch. Ja. Dim, dim, dim. Ne, Moment. Das war die falsche. Für diesen episch langen Weg. Habe ich lange nicht gezeigt hier. Falsche Richtung auch noch. Yippie. Naja, falsche Richtung, falsches Haus, wie auch immer. Schrott. Angriffskraft. Och, Mann. Und Intplatte, die echt scheiße aussieht. Hm, was gibt da am meisten? Gold. Her damit. Juhu. Keine Quests mehr. Klasse. Okay. Dann würde ich sagen. Hier muss ich hin, ne? Warum habe ich hier eigentlich 8 Millionen Quests noch offen? Und meine Güte. Ähm, ja, Flugweg. Yippie, Flugweg. Ich weiß. Ähm, ich glaube, den schneide ich raus. Bis gleich. Jo. Willkommen zurück. Hier vor uns erstreckt sich also Dalaran. Das vorher... Oh Gott, wo stand das? Ähm, im Alta-Rak-Gebirge? Kann das sein? Irgendwo in der Nähe? Oder nee, Moment. Ach, ich habe keine Ahnung. Irgendwie verwechsel ich das immer. Ja, ich liebe diese Einstellungen. Ja, Dalaran, eine an sich schöne Stadt, aber zum Kotzen, ähm, weil sie furchtbar klein ist. Und deswegen hat das Ding, das hakt ja heute noch, witzigerweise teilweise, ähm, diese Stadt hat damals so dermaßen abgehakt, das kann man sich echt nicht reinziehen. Was mir einfällt, ich hätte unten landen sollen. Wir kommen gleich nochmal nach oben. Ich hätte nämlich unten die Tusse ansprechen sollen. Moment, wo ist sie? Denn normalerweise ist es nicht... Mhm. Ach ja, stimmt, der geht ja öfter mal darum. Es ist eigentlich nicht... Oder doch? Nee, ich wollte gerade sagen, es ist nicht üblich, dass man... Oder es war damals nicht üblich, dass man hier so ganz ohne weiteres hochkommt. Hä? Oder haben sie es jetzt doch weggemacht? Ach, Leute, leckt mich doch. Oh, no! Die haben sich auch gedacht, wir verarschen Kimiko jetzt mal vom Feinsten. Och, Mann, man musste aber früher... Man kam ja nicht so hoch. Vielleicht haben sie es jetzt weggemacht, oder ich finde es einfach nur nicht. Ist auch egal. Wie auch immer, dann halt nochmal hoch. Wir schneiden diese letzten Sekunden einfach raus. Hallo, willkommen in Dalaran. Ja, diese Stadt war tierisch am Haken. Oh, Mann. Ja, unser... Das ist von dem Ali, das Gebiet. Deren Viertel, sag ich mal. Wir sind ja Rassisten, wir müssen es ja aufteilen. Und die Horde. Und... Oh, warum lädt denn das immer noch so lang? Wollen wir mal sagen, jetzt gib doch mal Galle hier. Ja, diese Frau, die verkauft halt auch ein paar schöne Sachen. Hey, den könnte ich mir jetzt sogar leisten. Aber bin ich bescheuert. Den hätte ich gern. Den wollen wir... Oh, der ist fett. Und der Bär. Ja, ist auch nett. Ja, und hier kann man sich eben, wie gesagt, den habe ich schon mal erwähnt. Was ist das denn? Ja, klar. Die hat noch was auf 85. Interessiert mich jetzt aber gerade überhaupt nicht. Den finde ich ja sehr, sehr geil hier. Genomentaucher im Aquarium. Oh, Mann. Und ich habe ja gesagt, ich will mal mein Vieh hier rausholen. Eine rote Haustierleine. Was interessiert es mich? Irgendeine Leine. Es muss ja nicht rot sein. Ja, hier kriegt man auch ein Obsidian-Jungtier. Für 50 Gold wäre es also für... Okay. Der ist mir aber... Interessant. Also das hat er noch nicht gemacht. Aber okay. Putzt euer Tipp, es ist glänzt. Röfel, glückliche Haustiere, eine Albino-Natter. Wow. 50 Gold. Ja, hier und dieser Apo-Tierball, der ist auch süß. Ja, und ja, es tut mir leid, wenn das jetzt so eine total sinnfreie Folge für euch ist. Sorry, ich will nur mal gerade verkaufen. Weg, weg, weg. Weg, weg. Weg, weg, weg. Weg, weg, weg. Alles weg. Nein, das bleibt. Ja, wie gesagt, tut mir leid, wenn die Folge für euch recht sinnfrei ist. Aber ich finde das total niedlich. Vielleicht kennen es ja manche Leute noch nicht. Ich finde es auf jeden Fall voll süß. Komm her, Moonkin. Ist Moonkin an der Leine voll gemein, ey. Mein Name ist Moonkin. Oh, so süß. Nein, weg damit. Wie macht man die überhaupt weg? Ich habe keine Ahnung. Egal. Ja, da kann man hier noch putzen. Platsch. Einmal auf den Kopf. Das nennt sich dann putzen. Und ein Leckerli. Oh mein Gott, das ist so geil. Ja, und halt, wie gesagt, man kann diesen Ball auch plopp. Und es rennt dann. Yay. Hahaha, süß. Oh ja, und so kann man sich halt dann irgendwie, warum auch immer, in WoW mit seinem Vieh beschäftigen. Total lustig. Ja, komm mit. Ähm, jetzt sollte ich aber mal die Quest langsam abgeben. Ich weiß, ich weiß jetzt schon, sie so... Ah, ja, 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 ja. Hm. Die ist hier drinnen, ne? Moment. Ja. Ja. Ja, komm, ist gut. Und jetzt sollen wir teleportieren zu Violettenwacht. Okay, also wir sollen uns hier mit zur Wacht teleportieren. Das ist ja das, was ich vorher gemeint hatte. Ich dachte eigentlich, dass man sich, dass man hier runterkommt und dann nach oben gehen muss. Aber, naja. Was soll's, was soll's. Zahleran, Christelle. Ach so, einfach wieder nach oben. Ja, für Leute, die es dann gar nicht raffen, gibt's dann hier sogar eine Quest für Löl. Hi-Moon-Kin. Wird sogar mitgeportet, ist ja cool. Hm. Hm. Ja, und hier Bolvar. Äh, Bolvar, was rede ich denn, Tyrion? Ups. Tyrion, OMG. Der wär fast unser Namensgeber geworden. Also Bolvars Hand, Tyrions Hand. Was auch immer. Ich hab gesagt, Bolvar hier, der hat ein größeres Opfer gebracht. Blablabli, blubb. Ähm. Ja, vielleicht sollte ich auch wieder zur Tusse gehen. Moment, die ist wieder hier vorne. Epische Quest. Saumäßig schwierig. Tja. Hm. 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 Ich hab ehrlich gesagt keine Peilung, wo ich hinsolle oder was ich machen soll. Ich weiß nicht, welches Gebiet für mich gut ist. Gib mich gut, er gibt einen Add-On für. Blablabli, blablabli, blablabli. Ich will keine Add-Ons. Ich mag keine Add-Ons. Gibt's irgendwas Wissenswertes? Es gibt hier diesen Landeplatz. Da kann man sich, im Übrigen, also konnte man sich zumindest. Ich weiß nicht, ob das jetzt immer noch ist. So geht. Äh, wo ist sie? Madame, hier, ne? Nee, geht jetzt nicht mehr, komischerweise. Vielleicht geht's auch nicht mehr, weil ich... Nee, obwohl... Also man konnte sich hier vorher ein, ähm... Ein Buch kaufen, mit dem man ein episches Fliegen... Äh, Kaltwetterflug gelehrt bekommt. Ab einer niedrigeren Stufe, als wie man nach Dalaran kommt. Aber nur, weil... Ging halt nur, wenn man schon einen Charakter hatte... Der eben... Entschuldigung, der eben hier... War... Gequestet hat. Ähm, vielleicht Scholosarbecken. Ich weiß es jetzt nicht so genau. Tausendwetter, ja, wie gesagt, gehört sowieso fast... Fast immer uns. Der Muget ist so süß. Oh mein Gott. Das Ding ist, ich würde die anderen Pets ja auch unglaublich gerne öfter mal draußen haben. Aber der hier ist der Einzige, der hinterherfliegen kann. Ach, mein Magen knurrt schon wieder. Unmöglich, ey. Ach, wisst ihr was? Irgendwie ist das furchtbar langweilig. Uh, Eiskrone. Help me. Ja, Bulvarsand hat auch schon Arthas gelegt. Oh, welch Wunder. Ähm. So weit kommen wir dann gerade noch. Hahaha. Ist nicht böse gemeint, ist nur ein Scherz. Naja, äh, ich denke mal, ich werde dann mal gucken, wo ich questen kann, werde, will, wie auch immer. Und ich denke mal, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Sorry, wenn der Part jetzt nicht allzu lang war und vor allem nicht so interessant für mancherlei. Excuse me. Oh, cool. Cooler Effekt. Ähm. Das ist wie so ein Gerippe. Egal, äh, und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Die Freude war ganz eurerseits. Bye, bye. Nein! Nicht auch noch PvP. Oh, nein. Bye, bye.